Ich muss Sie das fragen. Wie läuft Ihre Ehe? Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Was ist denn los? Ich werde tanken müssen. Es ist fast leer. Ich weiß, es ist die Arbeit. Ich weiß, dass ich nicht auf da war. Ich weiß einfach nicht, was es ist. Du weißt nicht, was falsch läuft. Wir wissen ja, was passiert, wenn du dich unausgefüllt fühlst. Das hatten wir schon. Ich fühle absolut gar nichts mehr. Ich suche meine Frau. Haben Sie hier zufällig eine Frau gesehen? Keine Ahnung. Lisa! 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 Ist sie hier? Nein, sie ist nicht. Sie ist doch bei dir. Solltest du sie nicht hier absetzen? Eben war sie noch da und im nächsten Moment war sie hier einverfällig. Hatte der Streit? Ist es das, worum es geht? Nein, nein, nein. Wie lautet Ihr Notfall? Ja, ich möchte eine vermisste Person melden. Meine Frau. Ich brauche die Aufnahmen von der Überwachungskamera. Die Kamera ist seit ein paar Wochen kaputt. Sie sagten, die Kamera geht nicht. Die läuft. Was ist hier los? Ich habe kein Video hier, okay? Ey, was? Okay, okay, nehmt Sie! Was ist hier bloß los? Wer ist dieser Mann? Hatten Sie eine Affäre? Nein, ich hatte keine Affäre. Und Ihre Frau. Wo ist sie? Steigen Sie aus dem Fahrzeug, Sir. Öffnen Sie bitte den Kofferraum. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich war nicht beim Secret Service oder den Special Forces. Aber wenn jemand meiner Frau wehtut, dann bricht die Helle los. Denkst du nicht vor. Sie sich schργierst ein, oder? Du hast das du nicht.